Hallo, herzlich willkommen zu unserer Videoreihe, in der wir den Bachelor of Science in Psychology an der Universität Luxemburg vorstellen. Mein Name ist André Melzer, ich bin der Studiendirektor. Hallo, mein Name ist Elke Murdoch und I'm the Deputy Study Director. Hallo, mein Name ist Simon Heiderscheid, ich koordiniere den Studiengang und bin Ansprechpartnerin für Studieninteressierte.